Ich sage nur ganz offiziell, ich heiße Frau Mirawolczewska, heute ist der 8. Oktober 2017. Wir sitzen beide mit, also ich bin jetzt im Zimmer mit Professor Sigrid Metzgrökel aus Dortmund. Und ich frage dich nach deinem feministischen Lebenslauf. Woher kam das, dass du dich für Feminismus interessiert und auch engagiert hast? Erzähl bitte was, was du möchtest. Ja, zunächst einmal, das kann ein Prolog sein, bin ich zum wiederholten Male in Krakau und meine Erfahrungen mit Krakau sind so, dass ich auch im Alter die Erfahrung gemacht habe, dass man immer noch etwas Neues, auch Anspruchsvolles lernen kann. Das ist mir eigentlich eine wichtige Botschaft. Aber meine feministische Haltung hat zwei Hintergründe oder Ursachen. Die eine Ursache ist eher unbewusst und hängt mit meiner Kindheit und meiner Familiensituation zusammen. Und die andere hängt mit meiner wissenschaftlichen Berufslaufbahn oder, wenn ich das so sagen darf, mit meiner Karriere zusammen. Fange ich an mit dem, was eigentlich so der Grundstock meines Lebens ist. Und das ist die Erfahrung, die ich mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter gemacht habe, die allein mit uns dreien im Januar 1945 auf die Flucht gegangen ist. Mein Vater oder unser Vater ist schon im März 1942 gleich nach der Invasion in Russland gefallen, sagt man im Deutschen, ein merkwürdiger Ausdruck. Und meine Mutter war eigentlich auf das Leben, das sie dann führen musste, überhaupt nicht vorbereitet. Wir haben dann ziemlich schwere Jahre verbracht bis 1950 in dem inzwischen polnischen Oberschlesien. Und die Haltung meiner Mutter sowohl zum Nationalsozialismus als auch dann zu Polen war immer diejenige, sie hat ihren Namen als einzige ihrer Familie nicht germanisiert und sie hat aber auch nicht für Polen optiert, als wir zwangsweise in Polen lebten. Und das ist so eine bestimmte Gradlinigkeit und auch eine von innen kommende Selbstständigkeit. Meine Mutter hat nicht studiert, aber sie hatte die Erfahrung gemacht, dass die Bildung das einzige ist, was man auf die Flucht mitnehmen kann. Das ist wirklich das einzige, was einem helfen kann in der Gesellschaft, wo auch immer, neu sich zu integrieren und Fuß zu fassen. Und deshalb war das für sie ganz, ganz wichtig und selbstverständlich, dass alle drei Kinder eine höhere Schulbildung und auch ein Studium bekommen konnten. Sodass ich, obwohl wir dann 1950 in ein kleines Dorf nach Ostfriesland auch als Flüchtlinge umgesiedelt hingekommen sind, ich will das nicht weiter beschreiben, ich schon sehr, sehr bald nach ein paar Monaten auch auf die deutsche höhere Schule gehen konnte. Das erklärt und dann Abitur gemacht habe, aber dann in Hannover, in einer größeren Stadt, auf einer Mädchenschule. Und das erklärt, warum ich relativ jung, trotz dieser etwas verrückteren Schul- und Bildungsbiografie, ich bin auf sieben Schulen gewesen, in zwei Sprachen, also warum ich relativ jung eigentlich Hochschullehrer, Professorin geworden bin. Ich bin immer ziemlich gerade gegangen, immer mit der Unterstützung meiner Mutter und auch immer in dem Bewusstsein, ich muss tüchtig sein. So, das ist das eine. Dann wurde ich, habe ich in Frankfurt Soziologie studiert, da lernt man, da verliert man seinen Glauben an einen jenseitigen Gott und wird irgendwie aufgeklärter im Verhältnis zu dem, wie man die Umwelt betrachtet. Wenn man Soziologie studiert, relativiert sich vieles, aber die Frankfurter Schule, wo ich studiert habe, an dem Institut für Sozialforschung, bei re-migrierten jüdischen Intellektuellen, sehr bekannten Adorno und Horkheimer, bei denen habe ich so einen kritischen Blick, einmal auf die Gesellschaft, auch auf die eigene Geschichte und sehr früh, eigentlich schon auch in der Grundschule in Pludry in Polen, als die Geschichte der Juden, aber mehr noch die Geschichte der, mehr von der Geschichte der Polen, aus der Perspektive der Polen und nicht aus der Perspektive der Besatzer oder der Deutschen oder meiner sonst eigentlich eher nationalsozialistischen Familie. Also auch immer so die Erfahrung, ein bisschen anders zu sein, als die Umgebung, in der ich mich bewegt habe oder einen Blick zu bekommen dafür, dass etwas nicht nur so, wie es sich darstellt, sondern auch anders sein kann oder gewesen ist. Als ich dann Professorin geworden bin, ach, ich muss noch sagen, dass vielleicht der dritte Aspekt meiner sogenannten Karriere war, ich habe dann bei Helge Pross promoviert und Helge Pross war die zweite Soziologie-Professorin der Bundesrepublik und die hat mich auf eine ganz bestimmte Weise immer unterstützt, ähnlich wie meine Mutter. Als ich gezweifelt habe, ob ich promovieren soll, hat sie gesagt, selbstverständlich machen Sie das so. Und als ich den Ruf an die Universität Dortmund, eine ganz junge, unbekannte Universität, bekam, habe ich gezweifelt und bin zu ihr hin und habe gesagt, ich habe den Ruf nach Dortmund, aber ich weiß nicht, ich kenne die Stadt nicht, ich kenne dort niemanden, soll ich das wirklich annehmen? Und da sagte sie auch wieder, selbstverständlich nehmen Sie den ersten Ruf an. Und ein anderer wichtiger Satz war, dass sie sagte, wenn Sie Professorin sind, dann brauchen Sie nicht immer das zu machen, was die anderen Ihnen sagen, dann können Sie selber auch bestimmen, wie Sie es haben wollen. Und das war auch ein ganz wichtiger Satz, der passt dazu, dass ich dann aber in Dortmund an der Universität die Erfahrung gemacht habe, ich war die jüngste Professorin und die dritte Frau und es gab um mich herum nur Männer. Und im Institut, das ich aufbauen sollte, waren schon drei Männer, aber dann nur noch Sekretärinnen und Sachbearbeiterinnen. Und das war für mich ganz komisch, es war für mich ganz komisch, sodass ich den Satz eigentlich zusammenfassend formuliert habe, ich bin bewusst Feministin geworden, in dem Augenblick, wo ich Karriere gemacht habe und gemerkt habe, das ist nicht selbstverständlich. Das ist in dem Kontext, zu dem Zeitpunkt eher etwas noch Ungewöhnliches gewesen. Und dann habe ich gesagt, naja, alleine da rumturnen in der Wissenschaft, das ist nicht mein Ding und habe angefangen, mehrere unterschiedliche Gruppen zu bilden. Ich habe alle Frauen, die in einem bestimmten Modellversuch als Wissenschaftlerin tätig waren, eingeladen zu einem Treffen. Und dann haben wir festgestellt, dass die Arbeitsbedingungen dieser Frauen im Mittelbau, da waren nur zwei Professorinnen, das andere waren vielleicht 50 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, dass die alle befristet waren und auch nicht wussten, wie es weitergehen sollte. Und dann haben wir einen Arbeitskreis gebildet, Arbeitskreiswissenschaftlerinnen von Nordrhein-Westfalen und haben systematisch Wissenschafts- und Hochschulpolitik gemacht. Und dann haben wir viele Anträge geschrieben und viele weitere Gruppen gebildet. Und dann war irgendwie klar, dass die Konzentration auf Frauen und ihre Lebensmöglichkeiten dazu gehörte auch, dass die Frauen, das waren ja alle Frauen in einem Alter, wo die normalerweise Kinder bekommen, dass wenn sie Kinder bekommen, das für sie normal schwieriger ist, als wenn sie keine haben. Wenn sie befristete Verträge hatten, dann wurde das nicht anerkannt, die Facherschafts-, die Beschäftigungsverbote und die Dauer. Und jedenfalls haben wir vier Memoranden verfasst als Arbeitskreis und an das Ministerium und andere Institutionen geschickt und hatten dann sehr bald eigentlich mit unserem Wissenschaftsministerium regelmäßig mindestens einmal im Semester ein Gespräch, wo wir gesagt haben, wir möchten das und das und das verändert haben. Und etwa so innerhalb von zehn Jahren haben wir relativ viel durchgesetzt. Als wir 20 oder 25 Jahre später wieder ein Gespräch mit der Wissenschaftsministerin, die zehn Jahre lang Ministerin war und für uns Wissenschaftlerinnen zuständig, als wir sie fragten, wie so kam es eigentlich, dass wir so ein kontinuierliches, stetiges Gespräch mit ihr als Wissenschaftsministerin haben konnten und sie auch immer eigentlich versucht hat, zumindest auch in ihrem Rahmen uns zu unterstützen. Und da hat sie gesagt, das war so neu, dass sich Frauen als Frauen zusammentun und artikulieren, was sie anders haben wollten. Ja, sagt sie, dass aus der politischen Perspektive war das dann für sie auch, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber auch eigentlich so aus ihrem politischen Verständnis heraus richtig und gut. Und so sind wir eigentlich politisch-feministisch bewusst geworden. Wir können als Frauen dezidiert Politik machen, wir können ein wenig, ein wenig an unseren Bedingungen selber ändern, wir können es aber nicht allein, wir müssen uns zusammentun und wir müssen auch Formen finden, mit denen, mit denen, die die Macht haben und entscheiden können, in Gespräche und in Entscheidungsprozesse zu kommen. Und das ist eigentlich das, was meine Wissenschaftsgeschichte als Frau in Nordrhein-Westfalen betrifft. Ich habe mich dann später auch wegbeworben, habe auch Rufe bekommen, ich konnte, habe auch sehr, sehr gute, naja, Ministerposten anbekommen, angeboten bekommen. Und ich bin aber immer in Dortmund geblieben, einmal weil ich dort dann angefangen, verwurzelt bin und ich im höheren Alter, nach 20 Jahren, wollte ich nicht wieder pendeln. Ich bin lange gependelt auch. Und so ist eigentlich die Universität Dortmund meine Universität geworden, weil ich viel an ihr, ja, mit allen Rektoraten, mit den Gremien verhandelt habe. Und als ich die ersten Auftritte im Senat hatte, das ist das Entscheidungsgremium in der Universität und ich war wirklich die einzige Frau und ich kam und sagte, ich möchte einen Schwerpunkt Frauenstudien einrichten und ich möchte, dass die Universität auch ein Programm macht für Frauen, die kein Abitur haben, aber noch studieren wollen und wie man denen hilft, weiter zu kommen, dann hatte ich sehr schnell einen ganz schlechten Ruf. Wirklich, also, Frauenwissenschaft gibt es nicht. Oder die Männerhasserinnen, die hatten ja immer die Vorstellung, ich würde den Männern übel wollen. Ich wollte ja was für Frauen, das hat ja nicht unbedingt immer etwas mit negativen Gefühlen gegenüber Männern zu tun. Wohl mit Kritik an bestimmten Machtverhaltensweisen und Entscheidungen. Also, ich habe dann viele Niederlagen im Senat erlebt, in dem Gremium, wo ich was gewünscht oder gefordert habe. Aber immer auch nach mehreren Versuchen, dann doch bin ich auch durchgesetzt. Und meistens mithilfe des Rektorats und einiger aufgeschlossener Männer, mit denen ich dann auch Einzelgespräche geführt habe und gesagt habe, können wir uns nicht mal unterhalten, ich erkläre ihnen, was ich eigentlich vorhabe und warum das vernünftig ist. Und das hat eigentlich dann doch dazu geführt, dass, naja, die Frage, ob eine Institution wie die Universität lernen kann, wie sie sich verändern kann, ob das und wie das möglich ist, ich finde, das ist eine interessante Forschungsfrage. Ich kann aber sagen, dass in den fast 40 Jahren, in denen ich an der Universität Dortmund war, zumindest vieles sich verändert hat und selbstverständlich geworden ist. Das hängt nicht mit meinen Aktivitäten zusammen, aber auch damit, dass sich die Frauen viel bewusster geworden sind, wie sie Fuß fassen können in der Wissenschaft. Wir haben jetzt eine Rektorin, wir haben eine Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, wir haben ein Gleichstellungsgesetz des Landes, wir haben Schwerpunkte der Frauenforschung, wir haben Professuren der Frauen, die Frauen- und Geschlechterforschung im Schwerpunkt haben, in der Denomination haben, in der Literatur, in der Soziologie. Vier oder fünf hatten wir in der Raumplanung, hatten wir auch eine, die ist jetzt aber emeritiert. Also es gibt immer noch genug Probleme. Ich will das gar nicht schönreden, aber meine Erfahrung ist, ist das in der Art und Weise, wie wir Politik gemacht haben, dass das durchaus auch erfolgreich war. Wir haben aber nicht das System geändert. Wir haben nur innerhalb des Systems für Frauen mehr Platz geschaffen und mehr Koalitionen zwischen Frauen und auch einige zwischen Männern. Und nach 40 Jahren, jetzt steige ich ja, denke ich, dieses Jahr endgültig aus, muss ich sagen, es war, ich will nicht sagen, wiedererwarten, aber als ich meine Abschiedsvorlesung erhalten habe, ich habe eine große Abschiedsvorlesung erhalten, da war so viel Positives, das zu mir zurückgekommen ist, dass ich sagen muss, es war ein gutes Leben. Es war ein gutes Leben und das auch als Feministin. Willst du nicht ein bisschen über deine konkreten Projekte, über deine Forschung in den Staaten, über deine Frauenuniversität erzählen? Das sind konkrete Beispiele, was du sonst auch gemacht hast. Ja, ja, das war jetzt mehr so der Lebenslauf. Die Projekte, die ich gemacht habe, waren auch in mehrere Richtungen. Einmal auch die Institutionen verändern, das habe ich ja schon ein bisschen versucht mit der Universität. Ich war dann auch Sachverständige in einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur zukünftigen Bildungspolitik, wo das auch auf der größeren Ebene wir versucht haben. Und mit dem Arbeitskreis waren wir auch mit aktiv, das Grundgesetz zu ändern, dass der Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, dass der einen Zusatz bekam und dass alle die Diskriminierungen, dass sie aktiv dazu beitragen, Diskriminierungen abzubauen. Na gut, dann haben wir natürlich versucht, und da war ich sehr aktiv, über ein Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung innerhalb der Wissenschaft Inhalte auch zu verändern und die Geschlechterperspektive oder die feministische Perspektive in die Inhalte reinzubringen. Und dazu gehören Forschungsschwerpunkte in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Forschungsgemeinschaft, auch Programme der Ministerien und ein anderes, und da habe ich verschiedene Projekte gemacht zur Ko-Education, zu den Technik- und Naturwissenschaftspotenzialen von Frauen, auch eines zur Migration und genauer zu den polnischen Frauen aus Polen, die in deutschen Haushalten Pflege- und Haushaltsarbeit machen. Das war von der Volkswagen-Stiftung finanziert. Dann war ich Initiatorin und Sprecherin eines Graduiertenkollegs. Da haben wir auch mit mehreren Professorinnen aus den umliegenden Universitäten von der deutschen Forschungsgemeinschaft gute finanzielle Unterstützung bekommen, Stipendien und Tabilitationsstipendien, Promotions- und Tabilitationsstipendien für weiblichen Nachwuchs zu bekommen, nur für Frauen. Das war das erste Frauen- und Geschlechterforschung nur von Hochschulern, nur für weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs. Das war etwa zehn Jahre. Und dann habe ich, aber eigentlich war die Initiatorin Ayla Neussl, mit Ayla Neussl die Internationale Frauenuniversität konzipiert, natürlich auch teilgenommen und die Evaluation gemacht. Da sind mehrere Bücher entstanden. Und das letzte Projekt, auch ein relativ großes Projekt, zwei waren das eigentlich. Das eine war auf der Basis von großen Datensätzen, wie die generativen Entscheidungen von Wissenschaftlern, ob sie Kinder haben wollen, und wann und wie viele und unter welchen Umständen. Das war ein Projekt, das eine relativ große Wirksamkeit hatte, weil das Ergebnis war, dass die Wissenschaftlerinnen viel weniger als andere akademisch ausgebildete Frauen Kinder bekommen. Viel weniger, weil sie eine prekäre Lebenssituation haben. Und das andere Projekt, das handelt konsequent folgend daraus, war ein Projekt, warum, wie viel und wann Frauen aussteigen, Frauen und Männer aussteigen, eine Dropout-Studie aus der Wissenschaft. Das war jetzt mein letztes großes Projekt und es bleibt auch mein letztes. Und dann habe ich eine Stiftung gegründet. Und eine Stiftung gegründet, auch für Frauen. Und zwar, als ich 50 Jahre alt wurde, da hatte ich relativ viel Geld, weil ich ziemlich gut dotiert wurde durch den Deutschen Bundestag als Sachverständige. und da habe ich groß gefeiert mit 150 oder so Leuten und habe aber gesagt, ich möchte keine Blumen und keine Geschenke. Ich möchte eine Stiftung errichten und ich möchte eine Spende auf mein Konto und das Konto bekam den Namen, aber aus der Situation heraus, aufmüpfige Frauen. Und dann sind 30.000 D-Mark zusammengekommen. Ich habe das auch noch ein bisschen aufgefüttert, muss ich sagen. Meine Familie hat auch viel gegeben. Ja, und das war der Grundstock, dann weiter 10 Jahre lang zu sparen, Spenden zu sammeln. Und dann habe ich 2004 die Stiftung gegründet, die aufmüpfige Frauen auszeichnet, die zur Verbesserung der Situation von Frauen und des Gemeinwohls beitragen. Ja, und das ist jetzt mein Alterswerk. Das muss noch ein bisschen glänzen. Das ist noch zu klein. Ja, du stellst dich immer neue Aufgaben. Können wir noch ein bisschen über die Vergangenheit. Du warst in den Staaten. Hast du auch geforscht? Hat dieser Aufenthalt in den Vereinigten Staaten irgendwie dich feministisch auch... Ja, ich war ein akademisches Jahr in einem Frauen-College, Wellesley, eines von den Seven Sisters. Und ich bin da hingefahren, weil ich mich mit der Ko-Edukation beschäftigt habe. Und anders als in Deutschland, wo es keine Frauen-Universitäten gab, wohl höhere Schulen für Mädchen. Aber die hatten meistens ein nicht so gutes Ansehen. Aber diese Seven Sisters in den USA, die haben schon... Das ist auch ein kleines Außenseitergleis der akademischen Bildung. Aber die haben es geschafft, ziemlich gute Reputationen zu bekommen und waren vor allem sehr erfolgreich in der Ausbildung von Frauen, die dann in der Gesellschaft gute, angesehene Positionen erreicht haben. Zum Teil hängt es auch damit zusammen, dass die eine längere Tradition in der Frauenbildung hatten und die diese Generation auch mehrheitlich überhaupt dann auch auf diesen Frauen-Colleges ausgebildet wurden. Das war in Deutschland und in anderen europäischen Ländern anders. Und dieses Wellesley College, das war ein sehr selbstbewusstes College, das nur Präsidentinnen hatte. Und Hillary Clinton ist zum Beispiel eine der Absolventinnen und die Albright war auch eine. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele, die auf diesen und auf den anderen Seven Sisters, die sind sehr bekannt, ausgebildet wurden. Also erwarte das Beste von den Frauen und du bekommst es. Du bekommst es. Das ist so ein Motto. Die haben schon auch ein etwas elitäreres Bewusstsein, muss ich kritisch auch sagen. Aber Hillary Clinton hat es zum Beispiel geschafft, weil die war Präsidentin des College Government. Die Studentinnen haben ein Government und die Hochschulleitung heißt Administration. Bei uns ist es anders. Die Leitung und die Verwaltung sind eigentlich in den Händen der Professorin und der AFSDA, die studentische Vertretung, spielt eigentlich keine so große Rolle. Aber das Student Government, das ist ganz wichtig in diesem College gewesen. Das fand ich hochgradig interessant. Und Hillary Clinton war Präsidentin dieses Government. Die haben auch ein Kabinett, Kabinett mit den mit den entsprechenden Positionen. Und das College war eigentlich eher republikanisch und ist dann in den Zeiten der Studentenbewegung auch in den USA demokratisch geworden. Deshalb sind sie mit Clintons also Demokraten geworden. Und er war ja auch, Clinton war ja auch einer, der nicht in den Vietnamkrieg gegangen ist, sondern nach England zum Studium. Jedenfalls ist einer, der den Wehrdienst verweigert hat. Was ihnen bei den Republikanern auch geschadet hat in deren Augen. War er ja nicht nationalistisch genug. Und dort habe ich einfach so etwas wie ein soziologisches Porträt dieses Colleges gemacht. Mit vielen Interviews und Dokumentenanalysen, Historie und so. Für mich ein sehr schönes Projekt. Für mich war das so. Ich war auch ein Jahr in Paris und da habe ich mich mit den wie wird Staatsbürgerschaft konstituiert. Mit diesem Thema habe ich mich beschäftigt, weil Paris ist eine internationale Stadt schon sehr lange mit sehr, sehr vielen Migranten und man hat nicht den Eindruck, dass sie, dass sie abgesehen von den aus Nordafrika, aus Algerien emigrierten Jugendlichen und zum Teil auch aus den Kolonien emigrierten Personen, abgesehen davon, dass sie auch Probleme in den Banlieus haben, weil auch eine bestimmte Separierung der anderen erfolgt ist. Ist eigentlich aber auf der kulturellen und auf der intellektuellen Ebene in Frankreich die Mischung schon lange ziemlich selbstverständlich. Aber das ist immer ein Problem. die Eliten sind viel internationaler, aufgeschlossener als dann die anderen Gruppierungen, weil da ist, das müsste man nochmal anders, anders betrachten, als ich das bisher gemacht habe. Aber ich habe mich mit der mit der Konstruktion von Staatsbürgerschaft, es gibt die nach dem Blut, es gibt die nach dem Geburtsort Amerika hat die Nationalität nach dem Geburtsort unabhängig von den Eltern, bist du Amerikaner. Das ist ja für Polen das absolute Kontrastprogramm, weil die Polen für die ist das Blut, wer einmal Pole war und in Polen geboren wurde, der bleibt es ewig. Auch wenn er 20 Jahre und auch die Nationalität in den USA hat, bleibt er für die Polen Pole. Das ist eine völlig andere Denkart. Und die Deutschen haben eher auch so eine Blut, aber nicht so stark wie die Polen. Ich kann das für die Polen schon verstehen, dass sie ein anderes Selbstbewusstsein ihrer Staatsbürgerschaft haben, mussten sie auch haben. Das ist klar. Naja, das war so ein anderes Thema, das mich jetzt auch beschäftigt, was aktuelle Migration betrifft. Was heißt es eigentlich, international ausgerichtet zu sein oder nicht nationalistisch eng ausgerichtet zu sein, was auch zu Feminiskus gehört? Du hattest viele Schüler, Doktorantinnen, Schülerinnen, Studentinnen, wie hast du hast du dich irgendwie als Wegmacherin, Betreuerin, Unterstützerin auch gefühlt oder vielmehr warst du auch genervt durch diese Mengen. Immer so eine Frau als Professorin, sie zieht andere Frauen an und wie sah deine Kollaboration und Zusammenarbeit mit den weniger erfahrenen Frauen? Ich habe wirklich sehr viele Doktorandinnen, ich glaube fast 70, das ist sehr viel, das ist sehr viel, hängt aber damit zusammen, dass ich 40 Jahre lang Professorin war und einen Graduitenkollegen betreut habe und auch einen Promotionskollegen von einer Stiftung, auch sechs Jahre von der Hans-Böckler-Stiftung. Dadurch hatte ich immer viele Doktorandinnen und habe auch ein Doktorandkolloquium gehabt, unabhängig auch nochmal von dem Graduitenkollegen und es ist tatsächlich so, dass ich die erste Studentin, das ist eine schöne Geschichte, die erste Studentin, der ich gesagt habe, ach, willst du nicht promovieren, weil sie mir aufgefallen ist, weil sie so klug und gut und engagiert war, die hat gesagt, nein, nein, mache ich nicht. Und als ich aufgehört habe, neue aufzunehmen, weil muss ja mal Schluss sein, ist sie gekommen und sagte, ich möchte promovieren und die hat dann auch wirklich promoviert und hat eine schöne Arbeit gemacht und publiziert weiter. Aber generell möchte ich sagen, zu Anfang war das schwierig, dass die Frauen sich zutrauten zu promovieren, also Wissenschaftlerin zu werden. Und das hat sich auch verändert. Die letzten Jahre konnte ich mich eher nicht retten. Also hatte ich immer so viele, dass es schon an der Grenze war, die ich gut betreuen konnte. Und die Arbeit, die ich am meisten betreut habe, das war die von der Patricia Gnieszka, die vorwälschung gar nicht mehr meine Doktorandin war, sondern von anderen, aber deren Texte ich immer wieder gelesen habe und die immer wieder beraten habe. Also so viel hätte ich in jede einzelne der Doktorandinnen gar nicht investieren können, bei den anderen Aufgaben, die ich hatte. Aber das schönste eigentlich war, die Betreuung der Doktorandinnen war für mich der schönste Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit. Das kann ich auch schnell erklären, weil die Doktorandinnen, ich hatte auch einige Doktoranden, die sind eigentlich meine wissenschaftliche Weiterbildung gewesen, meine wissenschaftliche Fortbildung, weil die Doktorandinnen, die Doktorand eigentlich ziemlich bald auf seinem Gebiet mindestens auf Augenhöhe mit der Betreuerin ist, wenn nicht sogar eigentlich am Ende ist die andere, der andere der Experte und man ist eigentlich diejenige, die nur sehr allgemein noch berät. Und das ist was sehr Schönes. Das ist wirklich schön, diese Arbeit nicht als ein einseitiges Verhältnis, ich gebe dem Doktoranden, der Doktorandinnen etwas, sondern das ist fast umgekehrt. Hättest du ein Message, ein Ratschlag für junge Frauen, die anfangen, die jetzt anfangen zu studieren, ein was du sagen würdest nach deinen Erfahrungen. Ich glaube, Ratschläge kann man nicht gut geben. Ich kann sagen, dass die Erfahrung mit den Doktoranden, dass da die Beziehungsebene auch sehr wichtig ist. Also man muss die Doktor akzeptieren als andere und dabei selber lernen. Das scheint mir wichtig. Ich fand es schwieriger in den Forschungsprojekten. Da sind oft Probleme aufgetaucht, an denen ich bestimmt beteiligt war, aber die ich bis auf den heutigen Tag nicht richtig verstehe. Also dass die Kommunikation schwierig wird. aber das Doktorand, Doktor Mutter, sage ich jetzt Doktor Mutter, Doktorandin, Doktoranden Verhältnis, ist ja eigentlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Vielleicht ist das leichter für eine Doktor Mutter als in einem Forschungsteam, wo man gleich und gleicher ist, weil das ja schon selbstständige Frauen sind. Also darüber müsste ich auch nochmal neu nachdenken, und zwar über die Probleme und Beziehungsbrüche auf Verhältnis mit den Doktoranden auf Augenhöhe und zugleich Abhängigkeitsverhältnis. Wie kann man das vereinbaren? dazu kann ich nichts abschließend und schon gar nichts als Ratschlag sagen. Man muss darüber nachdenken, was man macht, aber ich kann nichts für andere sagen. Aber zutrauen, zutrauen in das selbstständige Denken, das ist ein wichtiger wichtiges Motiv. Es ist aber kein Ratschlag, man kann das nicht jemandem raten, wenn er nicht will. Feministen auf deinem persönlichen Lebensweg ist, es knüpft an, was ich vorhin gesagt habe, über Erfahrungen in Forschungsprojekten. Ich muss sagen, dass Feministinnen sich auch sehr streiten, sehr viele Beziehungsprobleme haben, sehr viel Konkurrenz und Neid ist. Also ich kann nicht sagen, das ist eine heile Welt. Das kann ich nicht sagen. da ist etwas Gemeinsames und das ist, wenn sich eine Gruppe neu konstituiert, dann ist meistens viel wechselseitiges Verständnis, Neugier, aber nach einer Weile entstehen Probleme und die Kommunikation wird schwierig und Konkurrenzen werden dominant und dann gehen viele Gruppen auch kaputt. und das finde ich nochmal sehr schwierig, das darüber zu forschen und sich dabei noch vermehrt vertieft Gedanken zu machen, das finde ich schon gut. Das fände ich auch nochmal gut. Jetzt ist es so, dass wir durch die wir haben einen neuen Gegenwind. also wir haben ein bisschen mehr Einfluss bekommen, auch Verständnis dafür, dass die Frauen etwas anderes wollen, als die Tradition ihnen zugeschrieben hat und vor allem, dass sie gleich gut gebildet und motiviert sind und wirklich fähig, also das ist ja so offensichtlich, dass die wenigsten das noch leugnen. Also ich habe ja noch angefangen zu studieren mit dem Qualifikationsdefizit der Frauen, das ist weg. Die junge Generation ist genauso gebildet, wenn nicht gebildeter, motivierter als die Männer. Das bedeutet natürlich, dass die Männer auch abgeben müssen. Es findet eine Umverteilung statt der Ressourcen, der Posten und auch eine Veränderung. Wenn sich die Männer nicht verändern, dann ist das schlimm. Und der Gegenwind, der jetzt kommt gegen die Gender Forschung, gegen die Gleichstellung oder von bestimmten Parteien und Bewegungen, der hängt natürlich damit zusammen, dass sie auch bedroht sind durch die die alte Hierarchie nicht mehr funktioniert. Würdest du sagen, dass du in deiner privaten Situation zufriedene Situation erreicht hast, dass du zufrieden in deiner Umgebung bist, wenn es um Frauen-Männer- Verhältnisse geht? Ja, eindeutig. Ich hatte immer das Privileg, dass meine Mutter und meine Familie, mein Bruder, meine Schwester und